Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minekraft. Ja, mit dabei sind Flint, Lobis und Simi. Wir spielen nämlich Among Us in Minekraft. Minekraft. Ja, Minekraft. Hallo. Die beiden machen auch eine Aufnahme. Ja, wir machen jetzt eine Aufnahme. Wir machen eine Aufnahme. Ja, wir gehen aber erstmal in eine Fast Lobby. Hier, Public 5. Alle Rechtsklick auf Public 5. Wir sind in Public 4 gegangen. Das Schild hat sich geändert. Ne, Lobis ist drin. Flint fehlt noch. Ja, warte. Nein, ich bin rot. Ich bin rot. Schön, schön, schön. Rot ist meine Farbe. Welches Lobby seid ihr? Public 4, oder? Ne, Public 5. Bei Fast. Public 4. Nein, Public 5, Fast. Ich bin blau. Dankeschön dafür. So, also 5 seid ihr. Public 5, ja. Ja, du bist drin, okay. Ciao. Es gibt doch noch ein dummer Blau. Hi. Der Volk hat dir deine Farbe auswählen. Nein, ich wurde rausgeschmissen. Welche Farbe nehme ich? Okay, wartet auf mich, wartet auf mich. Ich bin gleich wieder da. Hä? Das bleibt einfach drin. Public 5, Public 5, Fast da. Einfach wieder. What the frick? Einfach kurz warten auf mich. Ich bin so fast. Nein, ihr wisst alles. Ach, Mann. Slash Lobby, mach nochmal alles, Slash L. Oh, Mann. Das war jetzt ein Fail. Nein, da bin ich nicht Imposter gewesen. Das können wir auch schön nennen. Okay, dann Public 6, Fast. Ja, Public 6, Fast. Nein, oh, jetzt hat sich das zu viel geändert, ey. Meine Güte. Ey, du hättest gar nicht rausgegangen, weil du rausgeworfen wurdest. Ja, komm einfach in Public 6, Fast. Okay. Flinnst du auch? Ja. Ich mach kurz anmoderatieren, okay? Ja, ja, meine Aufnahme läuft schon. Nein, Flinte Rot ist meine Farbe, du. Ja, ich kann sie auch noch schnell ändern. Ja, Dankeschön. Das ist meine Farbe. Grün. Die gibt's Grün. Rot bin ich. Drücken auf Ready. Ja, ich drück auf Ready. Ready or not. Egal. Wo bist du jetzt noch? Ich würd sagen, wir muten uns zu lange, bis, äh, Meeting ist. Oh, nee. Mikrofon muted. Ja, einfach, wenn man mit den Zuschauern redet, ist man dann nicht, ne? Mikrofon muted. Okay, dann. So, Leute, also, wir sind leider kein Imposter, wir sind, äh, Crewmate. Und wir müssen DNA-Analyse machen. Mit Bay, wo ist Mit Bay nochmal? Ähm. Ja, Mit Bay. Äh, ich lauf grad, glaub ich, ja, ach, ich muss hier nach, mischen nach links. Ja, nee, das ist O2. Da hinten ist Mit Bay, genau. Joa. Guss mal schauen. Hm, okay, man sieht genug, das ist gut. Ja, da, sehen wir, DNA-Analyses. Start. Gut. Dann. Upper Engine Replace Fuse. Äh, das ist hier hinten sogar. Das ist gut. Da oben. Äh, das funktioniert sehr gut. Hallo? Jetzt, okay. Unsere nächste Task. Task. Das ist, äh, ah ja, Dings ist fertig. Ja, ist eigentlich wie das Originale Among Us, nur in Binekraft. Wait. Okay, das ist merkwürdig. Können exit by waiting. Ja, warten wir doch mal. Don't touch. Aber wir müssen, glaub ich, im Home bleiben, denk ich. Wer könnte denn Imposter sein? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich weiß der Imposter nicht mehr, wie das geht. Könnte sein. Auch 30 Sekunden. Und ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht von Imposter weggeholt. Okay, der Task aktualisiert sich immer wieder, wenn man hier irgendwas auswählt. Da, da ist eine Mulie. Hey, wir haben's. Okay. Redstone. Oh, das ist in, äh... Blaues Blut. Blaues Tod, blaues Tod. Bei Asteroids, älter. Also, gleich hier lag bei Asteroids. Bei Asteroids. Ich war in Admin und hab die Aufgabe nicht hinbekommen. Äh, ich war noch bei hier im Mad Bay und hab diese Anomalide gemacht. Und ich war bei diesem komischen Bildmachen-Ding. Und da musste ich einen Baum machen. Also, wo man diese Kugel, äh, diese Eis, äh, Schneebälle werfen muss, ne? Ja, das ist erst kurz. Ja, das ist irgendwie tot. Also, da wir nur zu zweit sind, gehe ich, sag ich mal, tut mir leid, Lobos, aber ich geh mal auf dich. Warum auf mich? Sag mir so'n Gefühl. Äh, irgendwie Lobos, du bist... Du bist... Nee. Mal schauen. Vielleicht hab ich mich jetzt auch geirrt. Wahrscheinlich ist es ein Red Gamer. Ja, gut. Ja, ist klar. Ui. Gut. Tschüss, Lobos. Kann man sich schon mal sagen? Oh, war er es? Nein, war er nicht. Doch, war er, ha. Hey. Warum hab ich immer noch Aufgaben? Seht ihr, Leute, so einfach geht das. Okay, dann würde ich sagen, einfach nächste Runde, oder? Ja. Gut, sagen wir einfach wieder Fast, ja, ne? Warum nicht? So, einfach... Also, du meinst schon... Was haben wir denn hier? Wir haben Fast, Public 5. Ja, komm, das müssen wir da reingehen. Public 5. Among Us in Minecraft. So, ich bin wieder rot. Ich mach diesmal rot. Nein, Flint. Flint, du bist doch schon rot. Nee, ziemlich rot. Wo ist denn grau? Äh, ziemlich, dankeschön. Grau. Ja, grau. Ey. One more player needed. Ach du, ich mach auch noch eine Aufnahme. Schau mal. Nicht prügeln hier, sonst... Das prügele ich gleich mit, du. Aua. Jetzt gibt's Prügelei. Wo ist Lobes? Ach, da ist Lobes. Okay, gut. Okay, es geht wieder los. Ah, diese Musik ist schön. Mieten. Okay, wir haben Picture. Das ist in Navigation. Äh, Navigation ist hier hinten, soweit ich weiß. Genau da. Eine Aufgabe, die man so eigentlich nicht hätte. Oh. Äh, ja. Gut, das sollte leicht nachzumachen sein. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich finde, musst du dir entscheidend auch machen. Oder ertäuscht halt nur an. Das kann natürlich auch sein. Admin Fixed Wires. Es war wirklich flöhnt. Ach, come on. Kann ich rein... Oh, ich hab so eine Tasche bekommen. Oh, ich kann's nicht klicken, verdammt. Leute, ich bin tot. Ich fühl mir jetzt gleiche. Ich fühl mir jetzt gleiche. Ah, ich darf ja nicht reden. Ich habe ihn neben den Asteroiden gefunden. Ich habe nicht gefixt. Neben den Asteroiden, also in einem Raum daneben, war... Zimi ist 100%. Ich war eh nicht Zimi. Nein, Lovis war es. Er war auch... Nein, ich schwöre es mir. Er war auch bei den Asteroiden. Ich habe den Astero... Noch nicht erworben. Also, er war bei den Asteroiden. Und er ist dann in den Weg richtig gegangen. Das ist so geil. Dann wollte ich Kick-Hard machen bei Admin. Und dann, ähm... Keine Ahnung, habt ihr reportet. Warum sollte ich... Ich schwöre, ich schwöre es mir. Warum sollte ich Self-Report machen? Ja, mh... Wahrscheinlich. Das kann man ja. Fuck. Ihr seid so unfair. Ihr seid so unfair. Ich schwöre, ich war es nicht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Lovis warst ejected. Es ist so geil, Leute. Es ist so geil. Na? Ja. Guten Tag. Zwei. Ein. Hey, wir haben verloren. Ja, ich habe es doch gesagt. Seid ihr dumm? Fynn, du bist so dumm. Äh? Wirklich? Ja, Flint. Flint war es? Ja. Ja. Ja, Moin. Ja, Phil. Ja. Ja, Timi, ich war es. Ich. Geil. Komm, noch eine Runde. Noch eine Runde. Äh. Wachen wir mal. Was haben wir denn? Äh, lassen wir mal Default. Wir brauchen irgendwas, wo wir gute Chancen haben. Ja, was nehmen wir denn? Hinter euch. Public 5. Public 5 hinter uns. Okay. Klar, aber ich muss beitreten. Sind ja auch nur noch. Warte. Äh, äh, hinter dir. Hinter dir, Timi. Da, Public 5 fast. Ah, da. Nein, du bist nicht vor mir hoch. Hey. Jetzt schnell das Redstone-Clown. Äh, Flint, mach mal Blaubeck. Ich möchte bitte rot. Äh, Timi, bitte einmal. Bitte. Ja, okay, warte. Ja, ich. Ich gehe wieder rot. Ich gehe wieder screenshotten. Ey, ich habe eine Frage. So, ich habe alle nebeneinander stellen, für das, wie ich das screenshot machen kann. Können wir gleich am Ende machen. Okay. Okay, es geht wieder los. Wer ist das? Ich gehe wieder. Schon wieder Crewmate, ey. Ich hasse es. Was muss ich hier machen? Reaktor. Oh, nee. Simon Says. Ey, das ist so ne... Simon Says ist so blöd. Ich will gleich mal noch runter, wo wir zumindest auch mal Imposter sind. Also wird dann vielleicht ne längere Folge. Okay, also. Aha. Sehr interessante Reihenfolge. Perfekt, noch eine... Wir brauchen nur noch eins. Eins noch. Yeah, wir haben's. Ach, das ist immer das Schlimmste. Cafeteria, replace fuse. Okay, also wieder zurück. Hm. Mal schauen, mal schauen. Ist keiner. Da ist Simi, er könnte rein theoretisch. Muss da sein. Ist manchmal rumwackt. Hallo? Jetzt haben wir's. Okay. Wo ist unsere nächste Task? Scanning? Scanning, scanning. Äh, Flynn? Nein, du wirst es nicht nochmal... Wie kann er schon wieder Imposter sein? Ich weiß nicht, wie ich schon wieder Imposter sein kann, aber ich bin schon wieder Imposter. Alter. Ich denke, wir müssen eindeutig mit mehr Leuten spielen. Nee, nee, komm, noch einmal. Ich will auch zumindest einmal Imposter werden hier. Du willst einmal Imposter werden und kannst nicht einmal Imposter werden. Ja, nochmal. Nee, Fast ist hier voll. Wir haben sonst nur Default. Äh, Public Se... Da sind fast alle drinnen. Wir müssen kurz warten. Hier ist Fast. Hier ist Fast. Public 5. Hier ist Fast. Public 7. 4. Wo gehen wir rein? 5. 5. 5. 5. 5. 8. 4. 5. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 13. global ist drückt es kann man nicht sein so oft mit hintereinander man wieder nein ich schon wieder reaktor auch ihr wollt mich doch doch hier links rum hätte schon wieder die gleiche naja dann ist es so sieben sieben vier ok 747 7474 flitt hat ihn vor meine augen umgebracht er hat ihn vor meine augen umgebracht ja ich komme um die ecke das ist sie wie er hat ihn vor meine augen umgebracht sie war es tschüss sie Das ist jetzt ein Fehler für dich. Jaaa! Tja. Ja toll! Also das Video wird wahrscheinlich länger als 20 Minuten, sag ich nur schon beim Vorab. Wir wollen ja auch ein bisschen Action haben. Er hat ihn vor meinen Augen umgebracht. Was? Hä? Ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich schon wieder im Vorab bin. Er hat ihn vor meinen Augen gebracht. Ich hab's dir gesagt. Ey, das ist doch nicht wahr. Ist doch klar. Achso, ja stimmt, stimmt. Gut. Einmal noch. Ein letztes Mal. Default, Beginner, Default. Wir müssen kurz warten. Hier ist Fast, Public 5. Das ist, nein, Public 4. Fuck. Kack. Einmal Slash L machen. Okay. Eine 7 L. Nein. Okay, jetzt kommt noch ein anderer mit. Hm. Slash L. Welche Public... Ey, Schlange. Welche Public... Was war das Public... Ihr mit eurem 5. Jaja, natürlich. Public 5 ist immer geil. Ach, erstmal voll beide... Wehe, meine Farbe wurde geklaut. Er hat grün genommen. Ja, okay, ja. Jetzt starten. Dankeschön. Danke. Mikrofon muted. Er wird jetzt einfach in der Wurrunde rausgekippt. Bitte, bitte, bitte. Ja. Endlich. Okay. Also, wir haben jetzt nix. Unser Vend System. Und... Äh... Ja, unsere Fake-Tast. Müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Ne, das ist... Ne, doch. Wir machen einen Scannen hier. Und währenddessen sabotieren wir einfach mal Licht. So. Okay. Perfekt. Also, als Imposter kann man natürlich alles machen. Alle Tasks im Visual. Hier ist kein Vend. Ich will euch mal unbedingt das Venden zeigen. Problem ist halt nur, dass man nicht gesehen werden darf. Da ist Flint. So. Wir sind jetzt in dem Vend. Und... Okay. Beim Reaktor sehen wir, ein Player ist über uns. Unser Cooldown bleibt stehen. Das heißt, ähm... Electrical Mid Bay. Okay. Gehen wir in die Richtung hier. Äh... Electrical geht nach rechts. Ein Spiel... Ne, zwei Spiele sind... Oh, okay. Gut. Dann gehen wir lieber nicht da raus. Mit Bay sind wir reingekommen. Ich voll die... Ne. Oder? Warte mal. Wir sabotieren mal hier kurz die ganzen Türen. Okay, der hat irgendeiner Emergency Meeting gemacht. Flint ist tot. Ja, ich bin tot. Nein. Stumm dich doch. Tote dürfen nicht reden. Seit wann können Tote reden? Hat jemand ein Reacher bohrt? Jemand? Sass? Was heißt denn nochmal Sass? Äh... Suspect... Also... Wie immer... Ey, ich skip. Ich wurde aber irgendwen. Ich wurde aber Remi. Ich skip. Mal gucken. Was? Oh, Alter. Ich dachte schon, Simi fliegt jetzt raus. Okay. Quimi hat Simi gewartet und... Okay. Was war ich? Hehehe. Okay. Weiter geht's. Mikrofon muted. Ja, Leute. Endlich mal eine Imposta-Runde hier. Ja, wir tun was, als wenn wir jetzt Cables fixen hier. Na. Wir müssen ja nicht wirklich mal kurz dranhängen. So. Okay. Also... Okay. Asteroids muss man eigentlich nicht machen. Ey, ich seh übrigens den Namen von dem zweiten Impostor. Also... Was hat der denn jetzt schon wieder? Äh, was ist denn jetzt los? Es kann sein, dass er immerhin sie mit dem macht, um die Leichen zu... So, Simi, ich hab einfach nichts getan, ne? Er ist safe. Weil ein Spectator um den rumgeflogen ist. Hä? Äh... Warte, 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 wie heißt der, wie heißt der, vertraut irgendwas? Der verbilde... Ich werde extra den dafür. Ich mach einfach gar nicht. Wie soll ich das denn eigentlich machen? Ja, so... Der Typ ist raus. Ja, der macht den Spielspaß somit kaputt. Man achtet eigentlich auf sowas. Das macht einfach keinen Spaß, wenn sowas geht. Ja, tschüss. Selbst schuld. Ja. Wo ist er? Ach nee, mir. Tschau. Selbst... Schuld sag ich nur. So, jetzt kann ich euch alle umspinnen. Ja. 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 Alter, knappe Kiste, ganz knappe Kiste. 4, 3, 2, 1, wir können wieder töten. Jetzt müssen wir nur noch ein Opfer finden. Die Frage ist natürlich, wo? Die Frage ist, wo? Ist hier bei Electric, will jemand? Wir machen jetzt einfach hier Licht an. Dankeschön. Oh, Jungs. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. No Players. Security. Nee, wir müssen schon ein bisschen weiter weg. Reaktor. So, wir können keine Türen zu machen, das heißt... Da hätt' nicht ne Leiche. Scheiße. Wir können in Security bleiben und gucken. Ja, gucken, wo sind sie denn gerade? Welche? Also, wir haben einen in Admin und einen in Storage. Das heißt, wir müssen nur noch einen umbringen. Das heißt, einer von denen ist Imposter. Äh, okay. Also, lass mal so Richtung Storage. Mal, wenn ich jetzt richtig laufe. Ich weiß es nicht. Das ist Creamy. Tschüss Creamy. Yay. Äh, Task erledigen. Das ist alles Visual. Ja, cool. Richtig krass, Terrell Gamer. Ich lag in der Luft. Meine Leiche schwebt durch. Er war einmal Imposter und ich war dreimal hintereinander. Alles klar. Okay, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt zum Schluss noch einen kleinen Screen für das Thumbnail. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und tschau. Ja, ich hatte mich oft einen Nerven Shakey. Also, es war sehr viel Zeit, dass ihr eingeschaltet habt. Zressen, wenn alles gut und ich keine Trommlose.